Hallo liebe MTPler! Hallo zusammen! Es wird Zeit für die NV Weihnachtsgrüße! Das ist vollkommen richtig! Wir freuen uns jetzt die ersten knapp vier Monate zusammen mit euch durchlebt zu haben. Wir haben schon einiges mit euch zusammen erlebt, zusammen viel erreichen können jetzt mittlerweile schon und wollen euch einfach ein besinnliches Weihnachtsfest wünschen und einen guten Rutsch ins neue Jahr, wo wir noch vieles Tolles erleben werden. Darüber hinaus haben wir auch eine kleine Hausaufgabe an euch und zwar sollt ihr einfach mal reflektieren, was ihr dieses Jahr alles erlebt habt, wo ihr euch auch gegebenenfalls verbessern konntet, seien es jetzt Soft Skills oder sogar fachliche Kenntnisse bei MTP und stellt euch einfach mal so einen kleinen Plan, was ihr fürs nächste Jahr alles erreichen wollt und wie MTP euch dabei helfen kann. Gut, somit wünschen wir euch frohe Weihnachten und ein schönes neues Jahr und wir verabschieden uns für dieses Jahr. Bis nächstes Jahr! Viel Spaß euch! Tschüssi! Tschüss!